im wald da liegt ein toter hahn der nicht mehr krähen kann dann kommt heran der mann macht seine kamera an und sieht der hahn das ist ein huhn es ist tot und braucht nichts mehr zu tun es hat sich ausgekackert liegt es nun hier torten und wartet auf die würmer für die es gute nahrung ist ein paar andere mikroorganismen werden wohl auch ein fest mal haben die würmer werden sich freuen die martin und die käfer vielleicht kommt auch noch ein fuchs und ist ein stück von seinem fein den oberschenkel vielleicht ich weiß es nicht genau ob ein fuchs ein katabler fresser ist oder vielleicht gibt es hier auch gar keine füchse ein tax als alles fresser wer weiß es ein wombat keine ahnung vielleicht auch nur vielleicht tue ich auch nur ganz viel flätter drüber und es wird einfach nur verwesen das war es schon gewesen aus dem wald in dem ein totes huhn gelegen hat einst vor langer jahr millionen alter zeit damals wie die hühner noch den planeten beherrschten ja doch jetzt ist es tot hier so geht es wohl mit jedem organismus und irgendwann muss er mal sterben auf wieder schön